so ich glaube ich hab das rätsel lösung denn wenn ich jetzt so herkommen wenn jetzt rein springt genau dann gibt eine welle und ich komme nicht darauf doch jetzt komme ich darauf oh mein gott das ist die rätsel lösung scheiße also war doch für was gut ich wusste es doch dass er nicht einfach nur so verfahren hier ist jetzt geht er um dieses behinderte tor auf dankeschön ja jetzt hört man es und sieht man es ein bisschen dann nehmen hört einfach nur es ist offen und jetzt den ganzen spaß noch mal mit hier tauchen das werde ich auch niemals tauchen kommen ich muss auch sagen der youtuber dem ich das gerade geschaut habe ist jetzt auch ein zufall einfach er wollte das gitter einreißen und da den einfach getroffen und dann wieso reingesprungen tricot dann ist er mit der welle und dann hat es mir klick gemacht also auf der schimmer wer käme mit der welle also ist schon klar realistisch und so ok aber es sagt so was kann man doch nicht also ich zumindest nicht okay dann muss ja auch bei dir und da kann man ganz spaß noch mal machen aber jetzt mit der einen anderen sache und zwar das jetzt klappt wenn ich vorab wenn ich halt irgendwann auf den körper kommen könnte auf den rückblick sei jetzt alles klar tricot bitte jetzt hammert jetzt hammert das rätselösung endlich leckofetto so einmal ab ins wasser juhu tja ist logisch es gibt wellen aber alter so was denkt man drüber und jetzt kannst du durch jetzt kannst du denn jetzt kannst du denn jetzt kannst du denn das klappt dann glaube ich wirklich aber es muss kommen ich sehe wieder nix kamera ist komplett komplett so und er ist durch ja wohl ja ja geil ich hoffe dass wir beide ewig viel luft haben aber sonst dann sowas kann man doch nicht denken mit der welle leckofetto tja aber gut egal wir sind weiter das ist der hauptsache interessiert mich der andere scheiß so ich hoffe mir kann man mal weiter wir bleiben nicht irgendwo steckt und also weil das wäre echt bad ich dachte schon ich bin tot oder so so das ist geplant aha super was sind jetzt in kuckuck mit irgendeiner höhle toll und schrieko ist weit und breit sicher nirgendwo noch besser sind wir jetzt gewöhnen wie aber sie sind das schon bitte das macht geräusche da ist es nichts außer er licht dahin sind fast aha so lang können wir gar drei von flieger getrennt sein eigentlich äh äh ein käfig da wo wir wahrscheinlich drauf klettern können so wie ich das spiel kenne oder auch rein klettern okay aber warte mal geht das wieder weg ich denke nicht ich denke nicht was ist hier passiert ah ne dann hat das hier schon wieder jemand probiert und ist dann aber dann das ding ist dann zerbrochen und was weiß ich was aber anscheinend war hier schon mal jemand ok das ist unser ding ok gut dann win das go oder so wir haben nicht wirklich eine andere wahl aber das fass war warum war hier ein fass kann man es auch fliegt das ist ein fahrstuhl oder wird aha viel Spaß ok warte 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 will ich jetzt nicht aktivieren hier komme ich ähnlich rüber okay dann muss ich aktivieren ja so viele andere möglichkeiten sehe ich jetzt nicht wirklich na gut besser gesagt ich würde es gerne aktivieren das geht nicht aber ich würde gerne ernsthaft oder kettenmäßig hochklettern ne ich komme nicht weiter hoch also nicht viel weiter da komme ich hier na warte mal gehen wir hoch jetzt komme ich runter ah scheiße aha also ja man kann sagen es ist ein Aufzug mhm naja gut das bringt mir jetzt nicht wirklich viel da bewegt es ja macht es gar nichts das Wende muss oben was sein das war auch irgendwie eine geile art irgendwie so ein Aufzug zu machen wenn man jetzt so sich überlegt und denkt ok aber nur wie ist am rande vielleicht irgendwo besser weil hier geht nix warte mal wie ist das hier aufgebaut das ist ne eigentlich müsste das auch gehen aber es geht nicht ich glaube in der Mitte fehlt irgendwas da ist auch glaube ich kein gitter oben also kein gitter kein käfig hm ok dann maybe ernsthaft mein gott ich glaube ich glaube ich soll echt ernsthaft das machen oh mein gott ja wie gut das unser dud jonglieren kann das heißt jonglieren balancieren meine ich ja balancieren na gut wenn es klappt wenn es mir so recht wenn es auch hoch so gehen ja klappt auch perfekt super da kannst du mal sehen was unser dud kann ok das reicht passt gut wofür der andere Ding da war weiß ich nicht aber ok da komme ich eh durch so wenn jetzt irgendwann auf eine kommen dann dreh ich durch aber jetzt haben wir keine Muffen von Trico wir haben keinen Plan wo er ist aber ich schätze mal er wird sicher durchgekommen sein safe wird durchgekommen sein aber wo die ganze Kacke hingegangen ist und so wissen wir halt nicht oh mein gott das klappt doch niemals das zerbringt doch 20 mal shit oder auch nicht mhm ok hier eher nicht so ja hier hier hoch oh shit ok warte ähm da hoch und da hoch schön umschau ist das aha das ist eine Feder von entweder Trico oder von dem anderen ich denke eher von dem anderen weil das ist rot oder oder es ist blue ich habe keine Ahnung könnte vom anderen sein ich hoffe es ist von Trico ok wie kann man jetzt hier weiter hier ist eine Kette hä ähm hier nicht so hier nicht so ah nee ok 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 ich habe schon gesehen ich habe schon gesehen das grüne Ding ok ok alter unser Dude kann so viel klettern und so lange herumklettern ey lecker fetter ok da unten jetzt denke ich mal nichts das werden kann ja nicht sein weil es gibt keine Sammeldinger aber so fässermäßig obwohl wofür auch immer weil Trico ist ja nicht hier aber vielleicht so andere Wege zum Beispiel hier was bringt sich das wenn ich jetzt hier drauf gehe das bringt mir gar nichts das ist toll ja kette ja ok ok also auf jeden Fall war hier irgendein Trico entweder unserer oder irgendein anderer soviel wissen wir schon mal vielleicht war es unserer und der hat uns gesucht oder so I don't know so dass hier nix bricht aber jetzt habe ich es gesagt da wird es wahrscheinlich holy shit nicht runterfallen ok noch mehr Federn aha aber wenn es unser Trico wäre es kann eigentlich gar nicht unser Trico sein weil mir kommt das so vor als würde der da hoch geflogen sein aber unser Trico kann nicht fliegen also er könnte schon aber seine Federn seinem Arsch also seine Flügeldinger hä Apropos Trico wtf wer ist das ist das unsere ok jetzt bin ich mal gespannt springen worauf ah oh Gott so who the fuck ist das who the fuck ist das who the fuck ist das unserer oder ein anderer ich will das wissen verdammt ich sehe es aber nicht fuck you Kamera ich sehe die Kralle aber ich sehe das ich ich sehe das ich ich glaube das ist oh mein Gott das ist nicht unserer das ist nicht unserer das ist nicht unserer ne ja ja das ist das das ist der oh mein Gott verpiss dich verpiss dich bra scheiße äh was ich jetzt mache hau ab der ist nicht freundlich der ist auch nicht freundlich der hoch kann ich aha machen scheiße du bist nicht dein ernst fuck 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 muss ich jetzt machen jawoll ich habe nur absolut keinen Plan was danach der ding hat ja ah ok hier hoch ja geh mal hoch kannst du hoch kannst du hoch balancieren der wird balancieren der pisst dich du kommst dich nicht hoch vergisst es nein 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 auf gar keinen Fall scheiße da hoch da hoch jawoll der pisst dich Magenabgang äh was los komm geh geh gehört komm geh da geh geh da geh da geh da Alter verdammt ome seminar der zog oh meinig Gott verpiss dich wo lang jetzt da warte noch mal ok da kann ich nichts ich sehe hier nichts hier ist es hier ist nichts oh shit er pisse dich du kommst du nicht rein oh mein gott lass es bist du dumm ich muss ihn anders hin locken warte mal hier bin ich doch nicht die kamera macht mich so kirk ich habe kein plan was ich gerade machen wo ich gerade bin da hoch das ist ja ich habe ich habe auch einen tschüss wichser oh mein gott 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 wenn du kutuch ab mir vielleicht eine idee woher 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 disposz 끼 Vielen Dank.